Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute geht es darum, die drei am häufigsten gemachten Fehler im Hausgarten zu vermeiden. Der wahrscheinlich am häufigsten gemachte Fehler ist, einjähriges Holz bei Bäumen einzukürzen und dadurch sich einen kleineren Baum oder geringes Wachstum zu erwarten, also somit den Baum klein zu halten. Und wir haben hier an diesem Baum ein schönes Beispiel für euch. Hier wurde dieser Ast im letzten Jahr zurückgeschnitten. Man sieht hier noch eine kleine Wunde, wir blenden euch das dann auch auf einem Foto ein und man erkennt hier sehr schön, dass der Baum im Folgejahr mit zwei sehr starken Trieben hier reagiert hat. Im Vergleich dazu haben wir hier einen Ast, der nicht geschnitten wurde und hier viele kleine Spieße macht, sich mit sehr vielen Blütenknospen garniert, der fruchtbarere Ast ist, in Zukunft mehr Früchte trägt und deutlich schwächeres Wachstum zeigt, wenn man ihn hier vergleicht. Also wenn man Bäume klein halten möchte, wenn man sie im Wachstum bremsen möchte und hohe Fruchtbarkeit erzielen möchte, ist es wichtig einjährige Triebe auf keinen Fall einzukürzen, damit sie dann eben nicht wie hier mit starkem Wachstum reagieren, sondern gegebenenfalls nicht anzuschneiden, so wie in diesem Beispiel oder auf flaches, schwaches Holz abzuleiten, indem man sie nicht einkürzt, sondern wegschneidet. Weiters kann man einen Baum im Wachstum ruhig halten, indem man dafür sorgt, dass er flache Äste hat. Wir haben hier ein sehr gutes Beispiel an diesem Ast, an dem man sieht, wir haben hier einen sehr flachen Astabgangswinkel und hier hat er im letzten Jahr mit einem, ich würde sagen, idealen Neuzuwachs von ca. 30-40 cm reagiert, hier wieder voll garniert mit Blütenknospen. Beste Wuchsbremse überhaupt sind eigentlich Früchte, also Bäume, die viele Früchte tragen, werden immer schwächer im Wachstum sein als Bäume ohne oder mit wenig Früchten und solch einen flachen Astabgangswinkel kann man auch selbst erzeugen, indem man den Baum richtig formiert. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich hier eine Stelle sucht, wo er zum Beispiel einen kleinen Spieß hat und hier mit einer Schnur den Baum oder den Ast flacher bindet. Zusammenfassend noch einmal, Fehler Nummer eins ist, wenn man einen kleinen Baum halten will, im Wachstum beruhigen und schwach halten möchte, darf man keine Triebe in der Hälfte einkürzen, sondern sie höchstens wegschneiden und auf flacheres, schwächeres Holz ableiten und es ist auch wichtig dafür zu sorgen, dass man eben keine zu steilen Äste oder Triebe hat und gegebenenfalls, falls nötig, diese selbst formiert und flach bindet. Der zweithäufigste Fehler, der leider oft passiert ist, dass auf dem Pflanzschnitt vergessen wird. Dabei ist der Pflanzschnitt eigentlich der wichtigste im Leben eines Baumes. Er ist einfach essentiell, weil beim Ausschulen des Baumes aus der Baumschule, also beim Herausnehmen aus der Erde, geht einfach Wurzelmasse verloren. Und diese verminderte Wurzelmasse müsste jetzt hier oberirdisch die gleiche Anzahl an Knospen ernähren. Und das ist für den Baum Stress. Deswegen ist es ebenso wichtig, den Pflanzschnitt durchzuführen. Und der fällt jetzt bei jeder Obstart unterschiedlich stark aus. Allgemein kann man sagen, dass Kernobst, also Apfelbirne, ungefähr um ein Drittel eingekürzt werden sollte und das bei jedem Seitenast. Auch die Stammverlängerung, das ist sehr wichtig. Sonst verkümmert in den Folgejahren die Mitte und die Seitenäste treiben stärker aus. Das ist ja auch nicht unser Ziel. Bei Steinobst, Marille, Kirsche, Zwetschge sollte man ungefähr die Hälfte, also jeden Seitenast, um die Hälfte einkürzen. Bei Pfirsich, Nektarine sogar um zwei Drittel. Ich habe hier jetzt bei mir einen einjährigen Marillenbaum und den schneiden wir jetzt eben um circa die Hälfte zurück. Und das bei jedem Seitentrieb. Und ich habe da jetzt bewusst einen ausgelassen. Und das ist ein Konkurrenztrieb. Der ist eben bedeutend stärker als alle anderen Seitentriebe. Eigentlich genauso stark wie die Stammverlängerung. Der steht auch genauso steil wie die Stammverlängerung. Und dieser gehört eigentlich entfernt. Weil man aber so große Wunden am Stamm vermeiden sollte, so gut es geht, schneiden wir diesen jetzt auf einen langen, lebendigen Stummel von circa 15 bis 20 Zentimetern. Und haben hier jetzt eben noch Knospen, die austreiben können, die in den nächsten Jahren neue Triebe und Äste bilden, wo man dann eben wieder auf einen flachen Ast zurückschneiden werden. Und so der Mitte die Konkurrenz nehmen. Man könnte hier den Stummel auch noch etwas kürzer schneiden. Auf eben 10 bis 15 Zentimeter. Das würde auch ausreichend sein. Wichtig ist jetzt eben, wie schon angesprochen, die Stammverlängerung nicht zu vergessen. Auch die sollte circa um die Hälfte über der letzten Seitenverzweigung zurückgenommen werden, damit eben die Mitte in den Folgejahren vom Wachstum her nicht zurückbleibt und im Gegensatz zu den Seitnästen verkümmert. Der dritte ganz große Fehler, der leider häufig passiert ist, dass auf das Ausdünnen vergessen wird oder dass es einem Leid ist um die Früchte, um die vielen Früchte, die am Baum hängen. Ausdünnen ist ein Fachbegriff dafür, dass man eben kleine Früchte oder Blüten, bevor sie reif werden, vom Baum nimmt, damit die verbleibenden Früchte besser ausreifen. Idealer Ausdünnenzeitpunkt bei den meisten Obstarten ist Mai und Juni. Dabei ist es eben wichtig, dass die Früchte nicht schon zu groß sind, also dass man es wirklich in einem frühen Stadium macht. Bei Marillen sagt man zum Beispiel, dass man ausdünnen sollte, bevor der Steinkern hart wird. Dieses Stadion erreichen die Marillen circa, wenn sie etwas größer sind als ein Daumennagel. Also zu diesem Zeitpunkt sollte man bereits fertig ausgedünnt haben. Grundsätzlich gibt es eine Faustregel, die eben besagt, man braucht circa acht bis zehn große, schön gut entwickelte Blätter pro Frucht, um eben eine gute Fruchtqualität zu erzielen. Beziehungsweise gibt es auch so eine Regel, man soll bei Steinobst, Marille, Pfirsich, Nektarine ungefähr eine Handbreite zwischen jede Frucht bekommen. Wenn auf das Ausdünnen vergessen wird, kann das nicht nur negativ für die Fruchtqualität sein, sondern auch noch weitreichendere Folgen haben. Zu viele Früchte am Baum sind Stress für die Pflanze und dadurch bekommt man auch keine gute Blütenknospenqualität fürs nächste Jahr. Und wenn es ganz extrem ist, wenn viel zu viele Früchte am Baum verblieben sind, dann kann sogar Alternanz auftreten. Das ist wieder der Fachbegriff dafür, dass es eben immer abwechselnd Trag- und Rastjahre gibt. Das heißt, ein Jahr hat der Baum viele Früchte und im nächsten Jahr beinahe keine oder gar keine Früchte. Das kann eben nur vermieden werden durch das rechtzeitige und richtige Korrigieren und Einstellen der Fruchtzahl. Noch einmal der richtige Zeitpunkt ist bei Marille im Regelfall Anfang Mitte Mai, beim Apfel etwas später, eher Ende Mai bis Anfang Mitte Juni.